Alfonso, was habt ihr denn in einem Jahr Enough is Enough erreicht? Also im letzten Jahr, seit dem letzten Ida Hot, den wir am Alexanderplatz veranstaltet haben, haben wir in der letzten CSD-Saison knapp 25 CSDs und Prides in Deutschland und in ganz Europa besucht. Dann haben wir wahnsinnig viel auf der digitalen Plattform halt wahnsinnig viel noch gemacht. Wir haben Kooperationen gestartet mit verschiedenen anderen Organisationen in der Welt. Wir arbeiten ehrenamtlich, wirklich, es fühlt sich manchmal an, Tag und Nacht. Und es ist jedes Mal toll dann zu sehen, dass es doch etwas bringt, dass es doch etwas bringt, sich einzusetzen. Sei es wir als Initiative oder sei es auch die vielen Menschen, die sich entscheiden, hierher zu kommen und heute eine Flagge in der Hand zu halten und darauf hinzuweisen, dass in über 70 Ländern der Welt Homosexualität immer noch strafrechtlich verfolgt wird. Und alles, was wir tun, dient dazu, dass wir diese Menschen in unserem Kopf behalten, dass wir darauf hinweisen, dass die Welt darauf hinschaut und dass wir natürlich versuchen, irgendetwas zu verändern, damit diese Welt tatsächlich zu einem besseren Ort wird. Hast du auch das Gefühl, dass es hier in Deutschland jetzt so eine Art Rückbewegung gibt, dass man sagt, naja, ihr Homos, was wollt ihr? Und ja, dass es konservativer wird, dass es engstirniger wird. Weißt du, ich glaube, ich rede manchmal auch vom Rollback. Aber eigentlich habe ich wirklich immer mehr, je mehr darüber nachdenken, das Gefühl, dass es diese Menschen schon immer gegeben hat. Nur jetzt enttarnen sie sich. Jetzt kommen, wenn sie raucht. Das sind so ein bisschen, das ist so ein bisschen wie... Ja, ich glaube, ich sage das einfach. Das sind so ein bisschen, also diese Homophobel, dann hatten die aus ihren Löchern rausgesprochen, jetzt kommen und sich jetzt plötzlich zeigen und ihr wahres Gesicht zeigen. Und ich glaube, die gab es schon immer, nur jetzt zeigen sie sich. Und jetzt gilt es an uns, da etwas dagegen zu tun. Denn wir dürfen nicht zulassen, dass wir im Jahr 2015 immer noch mit solchen Theorien hier uns beschäftigen müssen, wie lass die Finger von unseren Kindern oder ihr habt nicht die gleichen Rechte verdient. Verdammt nochmal, wir sind Menschen, die einfach lieben wollen und wir haben auch ein Recht dazu. In der Verfassung ist ja verankert, dass jeder vor der Verfassung bzw. vor dem Grundgesetz gleich ist. Hat es eine Reaktion von Frau Merkel gegeben damals? Es hat doch eine Reaktion gegeben, aber wenn es eine Reaktion gegeben hätte, dann hätten wir ja eine Veränderung hier in unserem Land, in unserem großen demokratischen Land. Weißt du, Artikel 3 unserer Verfassung sagt, alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. Da muss ich nicht mehr dagegen klagen eigentlich, da muss ich auch nicht mehr dagegen schimpfen, und ich muss auch nicht irgendwie das Ganze einfordern. Alles, was die Politiker machen müssen, ist ihre Verfassung in die Hand nehmen, auf Artikel 3 nachschlagen, den ersten Satz bis zum ersten Punkt. Denn da steht drin, alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. Und wenn die sich das einmal wirklich zu Gemüte führen würden, dann hätten wir diese ganzen Diskussionen hier bei uns in Deutschland nicht mehr.